Mobbing kann jeder jemanden treffen. Immer mehr oft gibt es Leute über Internet an den Handynoristen beleidigt, bedroht, belastet oder lächerlich gemacht. Das Form von Mobbing nennt ihr Cybermobbing. Das kann von Fallzufall ähnlich aussehen. Kim ruht an einem Gruppenschat bei uns Noristen geschickt, die hat beleidigt. Du bist so blöd! Wie kann ich so dumm sein? Ha, ha, ha! Kim er schockiert. Er weiss nicht, wie hat die Mutter umgehen soll. Hat Friedrich was halt falsch gemacht hat. Sogar an der Schule schwitzen seine Freunde nicht mit ihm. Den Dominik hat doch schon so Erfahrungen gemacht. Ein aus dem Handballverein hat ein peinliches Foto von ihm auf soziale Netzwerke gepostet. In kurzer Zeit hat das Foto ganz viel geguckt und gedeelt. Sogar im Ausland, wo Leute das Foto gesehen haben. Cybermobbing bleibt nicht nur am Internet, und verfolgt ihn noch in der Bausten und in der Schule, in der Abust und in der Bernerenplätze. Kim hat Angst an die Schule zu gehen und Dominik traut sich nicht mehr aus dem Haus. Kim kann nicht mehr gut schlafen und Dominik hat sogar oft Bauchweh und Kopfweh. In diesem Fall helft es, mit den Eltern oder einer vertrauter Person zu sprechen. So kann er besser damit umgehen. Auch bei der Helpline für Be Secure kann jeder ein umrufen, für über Cybermobbing zu sprechen. Nummer 8 002 123 4 Jeder ein kann etwas gegen Cybermobbing unterholen. Mehr etwas, er guckt nicht mehr. Nicht mehr mit der Beredner bei der Überlegung in der Beredner von Karte der Beredner